Also ich bin beim Gouge-Fest dabei seit 1991. Da hatten wir das erste Gouge-Fest überhaupt. Wir haben bombastisches Wetter, also wir haben hier auch schon mal bei 10 Grad und Regen gestanden. Eine sehr schöne Tradition, die wir hier bei Mone Media seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten möchte ich fast sagen, entsprechend durchführen. Es ist sicherlich ein Highlight am Ende der Ausbildungszeit. Ich wünsche den Azubis vor allem sehr viel Erfolg. Ich glaube, sie haben hier eine sehr solide Ausbildung bei uns genossen. Bis zum nächsten Mal.